Ich bin wieder da und es gibt auch einige Themen, die wir heute besprechen werden in diesem Video. Unter anderem geht es um Rese, da gehe ich aber nur kurz drauf ein, das habt ihr ja alle sicherlich mitbekommen jetzt in den letzten Tagen, die Gerüchte da, Triple Seven, gerade noch eine ganz wilde Nachricht gelesen mit Lars Windhorst und es geht heute natürlich dann ausführlich um, ja, der Kicker hat es Trainerpyramide genannt, um wildes, ist ja fast schon wie, wie hieß das früher immer, Reise nach Jerusalem, glaube ich, dieses Stühlerücken. Christian Fiel sieht wirklich jetzt sehr, sehr danach aus, als ob er unser neuer Cheftrainer wird und wie das alles mit Olli Reis und so weiter geplant ist, das besprechen wir natürlich hier in diesem Video. Erstmal wirklich vom tiefsten Herzen, also ganz, 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 ganz großen Dank an alle, die mir, ob sie mir privat bei Instagram geschrieben haben, das Foto kommentiert haben oder auch bei YouTube den Beitrag von mir kommentiert haben, die da Anteilnahme genommen haben an dem Verlust von meinem Opa. Das war wirklich sehr, also es hat mich wirklich sehr, sehr berührt und hat mir auch sehr, sehr geholfen einfach in diesen, ja, die sind ja nicht vorbei, aber in diesen schweren Tagen, also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mir das geholfen hat. Ich habe sogar, also ich habe mir alles durchgelesen, hat mir ganz viel Kraft gegeben da in der Phase, wo man wirklich am härtesten trauert und sogar meine Oma hat sich das durchgelesen, meine liebste Oma und auch meine Mama und deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr uns da so viel, ja, Anteilnahme geschickt habt, das weiß ich wirklich sehr zu schätzen und es hat wirklich oder hilft immer noch sehr, sehr, vielen, vielen Dank erstmal dafür. Heute Abend spielt ja Deutschland, deswegen gibt es jetzt keinen üblichen Montagstil, ich mache mit Nico und es ist, glaube ich, auch ganz gut für mich, um erstmal wieder reinzukommen. Deutschland würde ich mir ja sowieso reinziehen, Testspiel gegen die Ukraine und danach, je nachdem, wie ich mich fühle, ich muss das jetzt erstmal so testen, wie es mir geht, es lenkt mich ja auch ab, machen wir dann vielleicht noch ein bisschen später einen Late-Night-Stream auf Twitch, wer dann nach dem Spiel, ich weiß gar nicht, wann das losgeht, also wahrscheinlich so gegen 22.30, 45 in dem Dreh. So, lange Vorgeplänkel, Vorgelaber, jetzt aber zu den Themen, erstmal 777, also 777, da hieß es jetzt, also das war ja eigentlich nichts groß Neues, aber in verschiedensten Artikeln, unter anderem war wahrscheinlich wieder der Auslöser oder die Urquelle, sage ich mal, war Josima, die ja sowieso schon sehr, sehr viel im Vorhinein immer recherchiert haben, investigativ über 777, dass, ja, Insolvenzverwalter sind jetzt da, dass wirklich alle Klubs aus der Fußballsparte die Anteile wohl abgegeben werden sollen von 777 und darunter fallen natürlich auch die Anteile von uns. Ich bin mir da nicht ganz sicher, vielleicht weiß das ja einer von euch mehr, ja, die letzte Tranche soll ja keine Tranche sein, sondern eigentlich auf Abruf stehen diese 25 Millionen. Die Frage ist, wie viele Anteile haben sie dann jetzt? Wenn dann noch ein Viertel fehlt, haben sie dann nur ein Viertel, fehlt ihnen selber dann noch ein Viertel der Anteile um die Kapitalerhöhung? Also sie haben ja Lars Windhorst rund 66 Prozent, ungefähr in dem Dreh, nagelt mich jetzt nicht darauf fest abgekauft und haben ja dann nochmal eine Anteilserhöhung gemacht, um die 11 Prozent auf circa 78 Prozent. Davon fehlt dann noch das letzte Viertel, weil sie ja die 25 Millionen nicht gezahlt haben oder wie wäre das? Würde ich zumindest mal denken. Wir sollen ja wohl das Vetorecht trotzdem auf jeden Fall haben dürfte. Also für sie bei uns auch relativ schwer sein, diese Anteile loszuwerden, dass wir da mitbestimmungspflichtig sind und wer weiß, hat ja jetzt Fabian Drescher auch das ein oder andere Mal gesagt oder Tom Herrich, je nachdem wie günstig die Anteile dann auf den Markt kommen, ob es da nicht doch irgendwie eine Art der Rückkaufoption gibt, weil wir haben ja dieses Vorkaufsrecht. Also wir könnten die ja zurückkaufen in dem Preis, in dem Triple Seven eben verkaufen möchte und kann am Markt. Wer weiß, was da möglich ist, vielleicht auch durch Fans, die dann selber Anteile zurückkaufen können oder so. Also es bleibt spannend, da abzuwarten. Wichtig wäre auf jeden Fall, dass wir dieses Vetorecht wirklich in jedem Falle haben. Und ja, die Frage ist halt auch immer, hast du dann dauerhaft dieses Vetorecht? Also sie schlagen einen Käufer vor, wir sagen nein, aus den und den Gründen, müssen dann wahrscheinlich auch triftige Gründe sein. Dann kommt der nächste Käufer, sagen wir wieder nein. Wie oft kann man das eben nutzen, dieses Vetorecht? Immer, wenn man Bedenken hat oder wenn man berechtigte Zweifel an diesem neuen Käufer erweckt. Das wird auf jeden Fall noch spannend. Lars Winters habe ich nur gesehen, da ging es um diese Hannover-Geschichte. Die ploppte ja damals schon auf, als er noch bei uns Investor war. Da soll jetzt wirklich ein Haftbefehl erlassen worden sein. Da geht er aber gegen vor. Mal gucken, was da passiert. Hat er mit uns jetzt erstmal nichts zu tun. Und Fabian Rehse, ja, das war natürlich dann schon eine harte Nachricht für viele. Sky hat da berichtet. Sky hat berichtet, dass Fabi Rehse das Interesse unter anderem aus England erweckt hat. Also da werden auch viele aus der Bundesliga interessiert sein. Aber auch durchaus Interesse von Borussia Dortmund, falls sie ihren Marzen nicht festverpflichten können. Ihren Marzen spielt der Außenverteidiger, rückt natürlich auch sehr oft ein ins Zentrum und hat sehr, sehr viele Offensivbeteiligungen. Fabi Rehse hat ja bei Holstein Kiel unter anderem auch sehr häufig auf der Schiene links gespielt. Die Frage ist, holt man sich wirklich einen Fabi Rehse für Defensivaufgaben? Wollen sie dann auf Dreierkette umstellen oder stellen sie ihn sich sogar einer Viererkette vor? Da müsste er sich aber auch ganz schön umstellen. Würde er dann wahrscheinlich machen, wäre er dann, also wenn er da hin wechseln wollen würde, wäre das natürlich, er spielt bei einem Champions-League-Finalisten, spielt wieder Champions League nächstes Jahr, ist natürlich ein krasser Aufstieg. Ob er dann da so aufblühen könnte in dieser Position, ist halt die Frage. Wobei ich ja schon gesagt habe, von den Top-Teams, sage ich mal, wenn ich jetzt so Stuttgart nehme, Leverkusen glaube ich nicht, Bayern auch nicht, aber wenn man dann so Stuttgart, Dortmund nimmt, würde ich schon sagen, zur Spielweise würde er für meine Begriffe deutlich eher zu Dortmund passen als zu Stuttgart, wo es ja sehr, sehr viel auf schnelles Passspiel, Positionsrotation etc. etc. ankommt. Im Raum stehen da als Preisschild wohl 5 bis 6 Millionen. Das ist natürlich deutlich weniger als erwartet, was viele geschrieben haben. Ich meine, er hat ja bis 2028 verlängert. So wie wir gehört haben, wie er es selber gesagt hat, hat er dieses Jahr ja keine Ausstiegsklausel, würde man sich mehr wünschen. Aber man darf es eben immer nicht vergessen, für Zweitligaspieler, die dann eben auch schon 26 Jahre alt sind, wird in den seltensten Fällen eine höhere Summe ausgegeben als 5 Millionen. Das ist einfach nicht üblich, wenn du da nicht ins Potenzial einkaufst, weil der Spieler irgendwie noch 20 Jahre oder 18 Jahre sogar jung ist, wie beispielsweise bei einem Can Usun. Das wäre natürlich schon ein herber Verlust. Wir wollen ihn alle nicht verlieren, ist völlig klar. Aber dass Angebote und Gerüchte kommen, das war uns auch völlig klar. Und dass er diesen großen Traum hat, wir werden es sehen, wird sicherlich auch ein bisschen davon abhängen, wie der Kader so zusammengehalten wird, was man an Verstärkung holen kann und vor allem auch, was der neue Trainer für ein Gespräch führt, was der für ein Einwirken hat auf Fabi Rehse. Und ist Fabi Rehse größter Traum, sofort Bundesliga zu spielen, was er ja mal gesagt hat, oder kann er sich vorstellen, eben dieses eine Jahr mit Hertha noch zu gehen? Fände ich eigentlich, ehrlicherweise, hätte ich schon erwartet, wenn Fabi Rehse, so wie er spricht, er hat sich nie festgelegt. Völlig klar, fand ich auch fair und ehrlich, aber so wie er verlängert hat, auch wenn er da mit der Mannschaft einen Push geben wollte, hätte ich schon erwartet, so wie er dann auch immer gesprochen hat. Ich habe den Traum, mit Hertha in der Bundesliga zu spielen, dass, wenn er verlängert, zumindest mal ein Jahr bei uns dann noch bleibt. Dann kann er ja meinetwegen gehen, auch wenn er natürlich selber vielleicht auch die Angst hat. Wer weiß, ob ich nächstes Jahr nochmal so eine Angebote kriege, aber ich meine, er hat ja andersrum, das darf man auch immer nicht vergessen, für die Verlängerung auch ein bisschen was bekommen. So ist es ja nun nicht, hat Herr Zecke auch nochmal erwähnt. Ja, und dann kam heute bei der Pressekonferenz von Nürnberg heraus, dass Christian Fiel nicht Trainer bleibt bei den Nürnbergern. Die Gerüchte halten sich ja eigentlich schon, vor dem Nürnbergspiel gab es ja schon lose Gerüchte, es stand nicht in den Zeitungen, aber lose Gerüchte darum, dass Hertha sich unter anderem mit Christian Fiel als Nachfolger für Pal Dardai beschäftigt. Und es hat sich auch immer festgehalten, zwischenzeitlich haben die Nürnbergbosse dann nochmal sowas gesagt, wie, ja, Hertha ist hier noch nicht vorstellig geworden und so weiter, ist ja auch klar, stärkst ja nicht gerade die Position deines Trainers, du weißt ja noch gar nicht, wie es ausgeht und vielleicht willst du ja auch eine ordentliche Ablösesumme rauskriegen, dass du das nicht öffentlich äußerst. Jetzt soll Christian Fiel allerdings nicht weitermachen, das hat der neue Sportchef gesagt. Er sagte, die ersten Tage waren ereignisreich, ich habe mich mit Christian Fiel zusammengesetzt. Es waren gute Gespräche, in denen er mir mitgeteilt hat, dass er eine neue Herausforderung bei einem anderen Verein annehmen möchte. Also da war ihm ja eigentlich schon mal klar, dass definitiv, ich habe kein anderes Gerücht um Christian Fiel außer Hertha gelesen, dass definitiv Hertha da wahrscheinlich, der Klub, definitiv wahrscheinlich, dass definitiv Hertha zumindest mal ganz hoch im Kurs steht, was der neue Klub und die neue Herausforderung sein könnte bei Christian Fiel. Christian Fiel hat jetzt noch einen Ertrag, der noch ein Jahr läuft. Gleiche Situation wie bei Leitel von Hannover, der ja auch immer ein Gerücht war. Das heißt, es würde eine Ablöse fällig. Und jetzt haben eben auch verschiedenste Medien dann berichtet, dass man wohl auf der Zielgrasende ist. Man ist sich mit Christian Fiel einig, man muss sich jetzt bloß noch über die Ablöse-Modalitäten einigen mit Nürnberg. Und da steht wohl, Bild hatte mal berichtet, von 500.000. Jetzt hatten sie geschrieben, ja, eine mittlere bis höhere sechsstellige Summe, also auch so um die vier bis, weiß ich nicht, sechs, siebenhunderttausend. Und auch der Kicker spricht von einer mittleren sechsstelligen Summe als Ablösesumme. Wir werden es die nächsten Tage sehen. Ich dachte, vielleicht werden wir ja heute sogar schon sehen, dass Christian Fiel vorgestellt wird. Können übrigens gleich auch nochmal über Kevin Sesser sprechen. Ist ja auch noch nicht vorgestellt worden, aber soll ja auch kurz bevorstehen, der Transfer. Ja, also es ist weiterhin so, dass ich sage, wäre jetzt kein Trainer, der meine Wunschlösung wäre. Ich kann aber ihn mehr nachvollziehen als beispielsweise ein Markus Gisdol, der ja unter anderem auch im Gespräch war. Und ich würde ihn auch jetzt nicht ablehnen. Natürlich kriegt er die vollste Unterstützung. Und mit den Leuten, die schon mal mit ihm gesprochen haben aus der Fußballbranche, die haben ja auch alle gesagt, dass der fachlich einfach mega, mega gut ist und auch seine absolute Idee hat, Fußball zu spielen, was ja auch okay ist. Meine Bauchschmerzen bleiben bei Christian Fiel halt ein bisschen neben dem, was man eben alles kann und weiß theoretisch. Wie bringe ich das zum einen rüber? Wie habe ich Erfolg und wie passe ich das an, wenn es nicht klappt? Zum einen wirkte er auf mich, das ist ja nur meine Einschätzung, gerade in den Spielen vor und nach gegen Hertha, da gucke ich mir natürlich die Pressekonferenz des Gegners an. Wirkte er jetzt nicht gerade mega souverän? Wirkte manchmal auch schon etwas genervt, was jetzt nicht Schlimmes ist, kann immer mal auch sein bei einem Trainer, aber ich glaube jetzt nicht, dass er wechselt von einem Traditionsklub Nürnberg, wenn er zu uns kommt, zu Hertha. Ich glaube jetzt nicht, dass er da weniger Gegenwind hat, gerade eben, wenn man einen Pal Dardai beerbt bei Hertha. Und das ist für mich so eine Schwierigkeit. Ich meine, Sandro Schwarz sagen ja jetzt auch viele noch, das wäre der perfekte Trainer für die zweite Liga gewesen. Ich spreche mir auch nicht die Fähigkeiten dafür ab, aber das sind so Trainertypen, die wir in der Vergangenheit hatten, wo man sagt, boah, könnte echt wieder schief gehen. Und dann geben wir halt dafür noch eine Ablösesumme aus, was ja für uns wirklich viel Geld ist, gerade wenn wir jetzt daran denken, dass wir für Fredi Bobic wahrscheinlich auch diese Abfindung bezahlen müssen. Außerdem hat er natürlich jetzt nicht so mega viel vorzuweisen in seiner Trainerkarriere. Bei Dynamo Dresden hat er einen Punkteschnitt gehabt von 1,11, bei Nürnberg von 1,24. Das ist natürlich zu einfach, sich einfach nur auf einen Punkteschnitt zu konzentrieren, weil du musst natürlich auch gucken, was für ein Spielermaterial hatte er. Bei Nürnberg würde ich schon sagen, dass er einen deutlich qualitativ schlechteren Kader hatte als wir. Am Ende der Saison sind sie auch immer weiter abgerutscht. Zwischenzeitlich waren wir aber in gleichen Tabellenregionen unterwegs. Was kann man ihm positiv noch attestieren? Er steht für eine klare Idee mit dem Ball. Er ist jetzt trotzdem auch kein Trainer aus meiner Sicht, der wie beispielsweise, wie er das machen würde in der ersten Mannschaft, ist ja auch nochmal die Frage, aber wenn man jetzt Olli Reißfußball sich angeguckt hat in der U19, ist Jugendbereich, ich weiß, das ist auch nochmal was anderes, aber der war ja schon sehr agierend. Der war auch gegen den BVB, eine der Top-Mannschaften, sehr agierend. Wir haben das Heft in die Hand genommen, wir hatten den Ballbesitz und wollten nicht die reagierende Mannschaft sein. Das ist schon bei Christian Fjell, finde ich, auch wenn man das sehr viel übers Spielerische lösen will, von hinten raus flach spielen und so weiter, das fängt beim Torwart an, ist er schon ein Trainer, der auch so viele Umschaltmomente mit in sein Spiel einbaut, was aber vielleicht auch einfach zu unserem Team, je nachdem wie es dann aussieht, passen kann. Positiv attestieren kann man ihm auf jeden Fall, dass er junge Spieler einsetzt und denen das Vertrauen schenkt. Jan Usun hätte jeder eingesetzt, weil er einfach ein Unterschiedsspieler ist. Nathaniel Brown ist auch ein ziemlich guter Spieler, aber hat man ja auch an Fynjeltsch gesehen, den 17-Jährigen, dem er dann einfach die Chance gegeben hat, anstatt, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein, des Innenverteidigers, den sie von WN Wiesbaden vor der Saison geholt haben. Das hast du ja auch am Keeper gesehen. Den spielerischen Ansatz hat dann, kann man eine Legende da sagen, oder den langjährigen Stammkeeper Martenia ausgetauscht. Er hat ihm erst die Chance gegeben, fußballerisch zu eröffnen. Der hat dann irgendwann so viele Fehler gemacht, dass er sich für den besseren Fußballer Klaus entschieden hat. Also das soll schon hinten raus alles spielerisch gelöst werden. Und du sollst, oder er setzt auch wirklich auf Jugendspieler. Also das passt schon. Und das ist auch ein Trainer, der sich noch beweisen will und auch beweisen muss jetzt eigentlich bei der nächsten Stelle, weil so richtig, ja man kann ihm jetzt nachsagen, er ist ein Fußballfachmann, aber so richtig Erfolg nachgewiesen hat er aus meiner Sicht jetzt auch nicht. Und ich glaube, deswegen sind auch so viele Nürnberg-Fans so zwiegespalten. Was zum Beispiel auch so ein Ding war, wenn du so in diese ganzen Leistungsdaten reingehst, auch so Laufleistung und so weiter, war Nürnberg jetzt auch nicht gerade die überzeugendste Mannschaft. Und das hat ja erstmal nicht zwangsläufig was mit Kaderqualität zu tun, sondern auch, wie erreiche ich eine Mannschaft. Und da hatte ich auch manchmal so, ich habe jetzt nicht jedes Nürnberg-Spiel gesehen, aber manchmal dann so das Gefühl, ja, die hatten ja immer Phasen, dann ging es bergauf, dann waren sie fast mal wieder im Aufstiegsrennen, dann ging es wieder eine Phase nach unten und die letzte Phase konnte er gefühlt gar nicht mehr aufhalten. Aber man weiß auch immer nicht, was da für Kräfte eingewirkt haben, was man immer so nebenbei gehört hat, gerade mit dem Dieter Hecking, der sich da wohl viel eingemischt haben soll. Also das ist ja auch immer so eine Sache. Sebastian Hoeneß, ich fand ihn ja nicht schlecht schon bei Hoffenheim, der wurde mir da zu schlecht geredet, aber der explodiert jetzt gerade bei Stuttgart. Das heißt ja nicht, dass er bei jedem anderen Klub auch so funktionieren würde. Es ist manchmal auch eine Chemie einfach. Was hat die Mannschaft für einen Charakter? Passt der zum Trainer? Passen die Attribute und Fähigkeiten der Spieler zum Trainer? Deswegen würde ich ihn jetzt nicht komplett ablehnen, aber ein Wunschtrainer wäre es nicht und ich hätte immer dieses Gefühl, das ist Sandro Schwarz der 2. Liga. Das war einfach so von Anfang an mein Feeling. Was ich aber cool finde, was erst ja nur so Gerüchte waren, die so im Raum schwebten und jetzt tatsächlich vom Kicker auch bestätigt wurden, ist, dass man eventuell eben nicht Jerome Polenz, den ehemaligen Hertha-Co-Trainer mit Fiel zusammen zurückholt, weil der ist ja gerade der Co-Trainer von Fiel bei Nürnberg, sondern dass man Olli Reis dem Posten des Co-Trainers gibt. Das wiederum fände ich sehr, sehr smart, weil dann verheizst du ihn auf der einen Seite nicht als jungen Trainer, der wirklich im Jugendbereich als einer der Top-Talente als Trainer gilt und du hast die Chance, falls es mit Fiel nicht klappt, was natürlich bitter wäre, aber es kann immer passieren, hättest du die Chance, wenn er sich bis dahin gut versteht mit der Mannschaft, schon viel Einwirkung hat, vielleicht mit ihm weiterzumachen und es wird erfolgreich. So wie es bei Fabi Hürzler zum Beispiel bei St. Pauli der Fall war. Ist ja ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also das wiederum finde ich sehr, sehr smart. Wenn es denn wirklich so kommen sollte. Die Gerüchte haben sich ja heute über den ganzen Tag schon so erstreckt. Er selber hat ja gesagt, Olli Reis, ich kann mir grundsätzlich vieles vorstellen. Ich habe vor einem Jahr meine Pro-Lizenz gemacht, die habe ich nicht gemacht, um ewig im Akademiebereich zu bleiben. Also er strebt ja auch danach. Und es gab dann so Gerüchte, ja holt Thomas Bräuch jetzt Olli Reis nach Dortmund und so weiter. Und davor habe ich natürlich große Angst gehabt. Ich habe ja mal gesagt, ich habe diese FOMO-Angst, Fear of Missing Out, dass wir ihm nicht diese Chance gegeben haben. Und deswegen finde ich diesen Weg einfach smart. Ich hätte mir am liebsten ja, letztes Jahr habe ich euch ja schon immer gesagt, ich hätte gerne Olli Reis als Co-Trainer von Pal Dardai. Weiß aber nicht, ob die Chemie da so gepasst hätte. Und die denken Fußball wahrscheinlich auch einfach zu unterschiedlich. Und wenn ein Christian Fiel bereit wäre, dann hättest du ja auch nochmal einen anderen Einfluss. Auch für ein Fiel. Weil Christian Fiel hat jetzt schon die Profi-Erfahrung mit Erwachsenen, mit Männern. Hat er bei Dresden und auch bei Nürnberg in der Cheftrainerrolle gezeigt. Ich bin nicht völlig überzeugt von ihm. Aber du hast dann eben auch noch die Seite von Olli Reis, der die ganzen Jugendspieler ja auch kennt, der mit ihnen zusammen gewachsen ist, der sie hochgebracht hat, der sie teilweise auch zu Profis gemacht hat und ausgebildet hat. Und ja vielleicht auch nochmal eine andere Idee von Fußball mit reinbringt. Also das fände ich schon einen sehr smarten Move, um ihn auch nicht zu verlieren und gleichzeitig nicht zu verheizen, sodass mir, also das könnte mir die Fiel-Verpflichtung, um das mal zu erklären, meinen Gedankengang, viel schmackhafter machen, als nur Fiel jetzt zu holen. Und dann geht auf einmal Olli Reis zu einem anderen Klub, wo er eine Chance bekommt. Mein Wunschtrainer wäre er immer noch weiterhin. Aber ich vertraue da auch, guck mal, wir sind auch nur Zuschauer und Fans. Ich bin großer Fan von dieser Lösung, Olli Reis-Cheftrainer machen. Aber vielleicht, Benni Weber ist ja nun mal da dran. Ist er auch einfach noch nicht an diesem Punkt, wo er das selber übernehmen kann? Vielleicht will das auch noch gar nicht direkt selber übernehmen, sondern auch da erstmal wachsen. Also bei Fiel hatte ich erst wieder dieses, ach, muss wirklich Fiel jetzt sein. Aber wenn das wirklich so kommen sollte, würde ich das als, ja, also da hätte ich ein deutlich positiveres Gefühl schon mal, weil man auch schon so ein, das ist gemein, darüber sollte man natürlich dann auch nicht reden, aber schon so einen Plan B für meine Begriffe in der Hinterhand hätte. Ich lese das ja immer von euch, ja, Zekkes Freund kommt jetzt. Ja, kann man auf jeden Fall kritisieren. Ich hatte das neulich schon mal im Stream gesagt. Ich finde das immer total schwierig, weil wenn Leute beispielsweise in Führungspositionen arbeiten und sagen wir mal jetzt, Zekkes Freund wäre Julian Nagelsmann. Ist jetzt völlig überspitzt dargestellt. Dann würden alle sagen, boah, der ist ein geiles Netzwerk, der hat uns Julian Nagelsmann besorgt. Das ist immer so ein schmaler Grat, weil wenn jemand dann nicht dieser Erfolge nachweisen kann, also wenn es jetzt Fiel nicht klappt, dann werden alle sagen, ja, Zekke wollte nur seinen Kumpel reinbringen. Der hatte doch vorher auch nichts vorzuweisen. Wenn es klappt, sagt man, boah, ein Glück kannte Zekke den und konnte ihn überzeugen. Ist immer ein sehr, sehr schmaler Grat. Ich will das auch gar nicht bewerten, aber ich gehe da jetzt nicht so rein und sage, die suchen den nur deswegen aus. Ich glaube, dass da sich Benni Weber mehr macht, also mehr tut, als einfach nur zu sagen, ja, Zekke will den unbedingt haben. Da setze ich mich jetzt nicht entgegen, sondern wir machen das einfach mal. Also ich persönlich habe einfach das Vertrauen darin, dass sie sich damit beschäftigt haben. Und auch wenn es nicht mein Wunschtrainer wäre, muss man ihn dann natürlich unterstützen. Auf jeden Fall. Es geht wohl noch weiter im Stühlerücken auf den ganzen Trainerpositionen. Bei der U23 könnte wohl Carsten Heine zurückkommen und Stefan Schmidt unterstützen. Da war ja öfter mal die Rede, dass Stefan Schmidt eben nicht weitermacht. Nach dieser am Ende ja dann nicht erfolgreichen Saison unserer U23. Jetzt könnte ihn wohl Carsten Heine, unser ehemaliger U23-Trainer, ihn unterstützen. Und unsere U19, wenn dann wirklich Olli Reiß mit in die erste Mannschaft geht, könnte wieder zurückkehren Michael Hartmann. Das wäre ja auch alles Berliner Weg für die Leute, für die das immer wichtig ist, dass die auch Hertha-Identität haben. Zumal bei Michael Hartmann, der ja wirklich auch Erfolge geliefert hat einfach. Michael Hartmann war sehr erfolgreich mit unserer U19. Ich glaube, die sind sogar deutscher Meister mit ihm geworden. Und er ist ja dann nach München gewechselt, was schade war. Das ist natürlich wieder vom Trainertypen schon wieder eher älterer Schlag. Und ein ganz anderer Stil auch als der Fußball, den jetzt beispielsweise ein Olli Reiß hat spielen lassen. Aber fände ich auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant. U17 soll Rejan Hasanovic weiter behalten. Dann hat Kicker noch so mit reingebracht, es könnte auch noch jemand mit Hertha-Vergangenheit zurückkommen, nämlich Dirk Kunert, der ja unter anderen beim BFC dann war. Der könnte wohl dieser Zwischentrainer werden, dieser Übergangstrainer für Jugendspieler, die in den Männerbereich wollen. Und Andi Menger soll wohl verlängert werden. Ich glaube, das ist nichts wirklich Neues. Hat man schon gehört, sind wohl in fortgeschrittenen Gesprächen. Und Patrick Ebert könnte noch sehr, sehr interessant werden, wenn da sich irgendwas verschiebt. Wenn irgendwas eben nicht so passiert, wie es jetzt beschrieben ist, könnte sich das nochmal alles verschieben, laut Kicker. Und Patrick Ebert und Christian Fiel schätzen sich wohl sehr. Christian Fiel soll wohl neben Olli Reiß auch noch einen weiteren Co-Trainer bekommen, der eben nicht Jerome Polenz ist. Und das könnte eventuell auch Patrick Ebert sein. Die beiden kennen sich aus Dresdner Zeiten, wo Fiel Trainer war und Ebert so sein verlängerter Arm war. Ebert ist ja derzeit Co-Trainer in der U15. Also ganz schön viel, was da jetzt so auf einen einprasselt. Ganz schön interessant. Was auf jeden Fall für Fiel nochmal spricht, ist diese Grundformation natürlich, die er am liebsten spielen lässt. 4-3-3. Das ist das System, was wir über die ganze Jugend spielen. Auch das ist natürlich ein Aspekt. Ich bin eigentlich kein Freund davon, sowas immer nur an Grundformationen festzumachen, sondern ich würde da wirklich eher so nach Spielprinzipien gehen. Was haben die Trainer für Spielprinzipien oder was soll unsere Spielkultur an sich sein? Da definieren, welche Rollen braucht man da und wie wollen wir agieren? Weil Formationen musst du ja manchmal auch auf den Gegner anpassen, völlig klar. Aber es hat natürlich schon was Vorteilhaftes, weil unsere ganzen Jugendspieler das 4-3-3 in- und auswendig können. Und ja, wir für meine Begriffe eigentlich auch die Spieler für 4-3-3 offensiv mit zwei Achtern haben. Und du kannst da auch sehr flexibel agieren im 4-3-3. Du kannst ja auch mit zwei Zehnern spielen. Du kannst mit zwei Halbraumstürmern vorne spielen und einer richtigen Neuen. Du kannst mit zwei Flügelspielern spielen, die die Breite halten. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Du kannst mit zwei Sechsern spielen, wie es Paul Dardai häufig gemacht hat. Dann ist es ja eher ein 4-2-3-1 gewesen bei uns. Auch das könnte passen. Also nicht falsch verstehen. Ich will das jetzt nicht schönreden, wenn das mit vier passiert. Bloß ich finde es deutlich positiver, so wie es jetzt geschrieben wird mit Olli Reis. Und ich beschäftige mich natürlich damit, was könnten so die Hintergedanken da sein? Ja, Kevin Sesser, der Transfer soll ja, muss ich jetzt nochmal raussuchen. Wurde auch fix sein. Ist aber auch noch nicht vorgestellt worden. Könnte also diese Woche noch heiß hergehen. Hatte ich ja schon mal ein Video über ihn gemacht, über Kevin Sesser. Ach nee, seht da mal. Unser zweiter Neuzugang ist im Gebäude. Kevin Diego Sesser kommt vom FC Heidenheim zu unserer Hauptstadt. Jetzt gerade, wo ich das Video aufnehme. Unser Mittelfeld verstärken. Schön, dass du bei uns bist. Ist jetzt gerade veröffentlicht worden. Das ist sehr lustig. Wer weiß, vielleicht kommt heute Abend noch Fiel. Oder das machen sie dann im Laufe der Woche. Es passt ja übrigens mit Fiel auch mit dem Zeitrahmen. Weil Benni Weber ja meinte, wenn wir jetzt schon zwei Wochen weiter wären, hätte ich den neuen Trainer vorstellen können. Das passt auch im Moment alles. Ja, Kevin Sesser ist jetzt da. 23-Jähriger. Flexibel einsetzbarer Spieler, der Spielzeit offensichtlich will. Unterschreibt bei uns bis 2027. Ablösefrei. Klar, Handgeld wird es gegeben haben. Aber er hatte ja auch ein Angebot vom FC Heidenheim. Er hat jetzt darauf verzichtet, nächstes Jahr international mit Heidenheim zu spielen, weil er, glaube ich, jetzt auch einfach in einem Alter ist, wo er Stammspieler sein will. Da wird er keine Garantie bei uns haben. Vielleicht hat er auch schon mal mit Christian Fiel gesprochen. Aber bei uns ist die Wahrscheinlichkeit halt deutlich größer. Ich finde, er bringt viel mit, was uns letztes Jahr im zentralen Mittelfeld abgegangen ist. Also er ist ein sehr, sehr beweglicher Spieler. Er hat einen sehr guten ersten Kontakt. Er kann Eins-gegen-eins-Situationen auflösen. Er ist gut im Ball führen. Er ist gut im Dribbling, im Strafraum. Schwächen vielleicht so ein bisschen manchmal Entscheidungsfindung und Passspiel und auch Abschluss. Aber ist ein Spielertyp, der uns verstärken kann. Zumal er sehr, sehr flexibel einsetzbar ist. Also der kann auf dem rechten Flügel spielen. Nicht ganz so breit, wie jetzt ein Winkler oder Reze immer standen bei Pardadai. Aber der kann auf der Acht spielen, auf der Zehn, auf einer spielerischen Doppel-Sechs kann er agieren. Er hat auch schon rechte Schiene gespielt. Also sehr, sehr flexibel einsetzbar. Will sich zeigen, will Spielzeit, will den nächsten Schritt gehen. Im Sinne von nicht nächster Schritt höhere Liga spielen, sondern vielleicht ein Spieler zu sein, der eine Wichtigkeit hat. Also den finde ich schon sehr, sehr interessant. Den Transfer hatte ich ja da auch mal mit Statistiken so ein bisschen vorgestellt, was mir an ihm gefällt. Und wie gesagt, bei Heidenheim hat er sich nie dauerhaft jetzt wirklich durchgesetzt. Vor allem jetzt nicht in der letzten Bundesliga-Saison. Und entscheidet sich deshalb, zu uns zu kommen bis 2027. Ist für einen Zweitligisten echt ein richtig guter Transfer. Ist ja jetzt der zweite Transfer dann nach Schula. Das ist ein richtig guter Transfer für uns. Können wir heute Abend dann im Stream vielleicht auch nochmal darüber diskutieren. Sofern ich dann noch online bin. Weil dann sind vielleicht auch ein paar Berichte mehr dazu draußen. Also das finde ich ist ein Transfer. Den hätte ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass wir ihn bekommen können. Das bedarf auch immer einer gewissen Überzeugungsarbeit. Sowohl von einem Benni-Weber-Zecke und wer da alles mit beteiligt ist. Aber eventuell auch von einem neuen Trainer. Weil der wird jetzt bei uns auch keine Unsummen verdienen. Ich glaube nicht, dass Heidenheim die Gehälter extrem nach oben angepasst hat. Aber sie sind ein Bundesligist, die im zweiten Jahr Bundesliga spielen. Und da wird auch ein Ergänzungsspieler oder ein Einwechselspieler ein gewisses Gehalt bekommen. Also sehr, sehr schöne Nachricht finde ich. Freue mich sehr auf ihn. Hoffe, es funktioniert mit ihm. Übrigens heißt er Kevin-Diego-Sesser. Also ist heute Diego-Montag. Was ist morgen? Demme-Dienstag. Diego-Demme-Dienstag. Der steht ja auch weiterhin im Raum, dass der zu uns kommen könnte. Ja, wer weiß, wie gut dann die Infos auch bei Fabi Rehse sind. Denn Plettenberg hatte ja von Sky als erstes das geschrieben, dass Hertha und Kevin Sesser kurz vor einer Einigung stehen und hatte gestern eben geschrieben, dass das durch ist, der Deal. Es steht bloß noch der Medizin-Check aus. Der wurde jetzt wohl bestanden und der ist vorgestellt. Ich freue mich auf ihn. Bin mal gespannt. Mal gucken, welche Nummer er kriegt. Könnte mir zum Beispiel die 8 von Suat Serda vorstellen. Ach, das habe ich ja auch noch vergessen. Ist ja auch noch passiert. Suat Serda haben wir für 4,5 Millionen abgegeben an Verona. Ich glaube, das ist für uns auf jeden Fall ein guter Deal. Auch wenn man jetzt sagen kann, ey, wir haben ihn mal für 8 Millionen gekauft. Ja, aber er hat bei uns nie dauerhaft überzeugt. Auch wenn ich von seinen Leistungen eigentlich, von seinen Fähigkeiten eigentlich überzeugt bin. Aber dieser Verkauf bringt uns erst mal Geld in die Kasse und ermöglicht uns ja auch gewisse neue Transfers dann zu tätigen. Sein geschätzter Marktwert ist ja jetzt nur noch gewesen bei 4 Millionen. Er hatte zwar noch zwei Jahre Vertrag, aber dieses Gehalt von ihm hätten wir nicht ansatzweise stemmen können. Von daher sind 4,5 Millionen Ablöse für Suat Serda. Vor allem so früh, so früh. Das war ja dann schon vor dem 1. Juni. Rund um den Dreh, sorry, ich bin immer noch ein bisschen verwirrt. Aber das hilft uns ja sehr, das Geld einzuspannen. Das wäre bei uns auch nichts mehr geworden. Und dann eben so einen Kevin Sesser zu holen, ist, finde ich, ein Weg, den man nachvollziehen kann. Ob ein Kevin Sesser dann funktioniert, hängt natürlich davon ab, wie setzt man ihn ein, wie harmoniert er mit dem Trainer, wie harmoniert er in dem System, wie harmoniert er mit den anderen Spielern, hat er selber auch diesen Drang, hat er Bock, ist er zielstrebig, ist er diszipliniert. Aber von der Idee her, diesen Spieler zu verpflichten, macht er auf jeden Fall für Hertha Sinn und ist nachvollziehbar. Und das mag ich halt. Und deswegen schenke ich da Benni Weber und Co. auch Vertrauen bei der Trainerentscheidung, weil ich die Transfers an sich, auch wenn viele leider für meine Begriffe nicht geklappt haben, bisher gut funktioniert haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es eben einige Spieler gibt, die unter so einem neuen Trainer, ob das jetzt bei vier ist, ist die Frage, aber unter einem neuen Trainer vielleicht auch endlich mal noch mehr Leistung bringen, weil sie eigentlich mehr können. Wenn wir zum Beispiel, als Beispiel jetzt, wissen wir nicht, ob er bleibt, an Marton Dardai denken, der vielleicht, wenn alles viel spielerischer aufgebaut wird, dass er davon profitiert, dass er eben nicht immer nur, was er ja sehr gut kann, lange Diagonalbälle schlagen muss unter Druck. Ich könnte mir auch vorstellen, Tiag Ernst, ich hatte vorhin erwähnt, dass ein Marten ja durch einen Klaus ausgewechselt wurde. Ich finde, dass Tiag Ernst viel am Ball kann und sich da natürlich auch noch entwickeln kann, aber dass er dahingehend auch weiter gefördert werden kann. Und da profitiert er ja auch von seinen Vorderleuten. Da fängt er das Aufbauspiel an. Ich glaube auch, dass ein Karbovnik zum Beispiel, den könnte er dann als Pendant nehmen, beispielsweise zu einem Nathaniel Brown, der ja auch immer bei Nürnberg auf die Sechserposition gerückt ist im Spielaufbau. Kannst du auch mit Dudziak machen und Karbovnik recht spielen lassen. Also für Gedankenspiele ist es auf jeden Fall interessant. Jetzt habe ich hier so wirr alles durcheinander geredet, weil ich alles irgendwie mit reinbringen wollte. Gerne eure Meinung zu den Themen in die Kommentare. Danke für eure positive Energie. Ich merke auch, ich baue heute auch den ersten Tag wieder arbeiten. Es hilft mir die Ablenkung. Also ich denke, ich werde heute Abend noch online gehen, weil es mich wirklich ablenkt und gut ist in dem Falle dann. Danke, dass ich euch habe, kann ich an der Stelle nur sagen, danke für eure ganze Liebe, euren Zuspruch, euren Support immer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es heute mal ein bisschen verwirrter war. Ich freue mich, wenn wir uns gleich auf Knives sehen. Ich freue mich, wenn wir uns später auf Twitch sehen und die Tage kommt dann bestimmt noch ein neues Video und ja, bleibt nichts anderes am Ende zu sagen, als verbringt wirklich, das kann ich mir wenigstens, das bereue ich wenigstens nicht. Verbringt genug Zeit mit euren liebsten Menschen. Die Zeit ist immer schneller um, als man möchte und als man denkt und ja, ich vermisse ihn jetzt natürlich schrecklich und von daher macht euch nie später zum Vorwurf, dass ihr die Zeit falsch eingeteilt habt. Das gebe ich euch einfach nur nochmal mit, egal mit welchen Personen, die ihr liebt. In diesem Sinne, hao he, danke fürs Zuschauen und bis später. Bis zum nächsten Mal.